Okay, es geht weiter. Ich hab da paar Dinge gemacht, ihr wollt nach Diest, das habt ihr aber rechtes Glück. Mein Schiff wollte gerade Anker lichten, um nach Diest aufzubrechen. Wollt ihr mitkommen? Ja, wir müssen ja nach Diest. Vieröner, mir gefällt das nicht. Nein, mir gefällt das nicht. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Ein anderes Schiff, das uns nach Diest bringt, haben wir nicht. Ich bin Layla, ich warte draußen vor der Stadt, also beeilt euch. Okay, ich war noch beim König, hab mich neu über die Drachenritter gefahrt, da hab ich ein neues Wort noch gelernt, die Drachen, das ist wichtig für später. Jetzt fahren wir automatisch mit dem Schiff und ich weiß nicht, wo zum Teufel Diest ist. Ich muss einfach mal suchen, ich hoffe, ich finde das auch schnell. Yay! War eine Falle, wer hat's gedacht? Selbst schuld, wenn ihr so leichtgläubig seid. Lasst alle Wertgänge ständig hier und ich lasse euch das Leben. Was denn, ihr wollt gegen mich auflehnen? Macht sie fertig, Männer. Ihr Piraten könnt nichts, also haltet dich fressen. So und... So und... Und... Und nochmal so. Hm... Ach, komm, beeil dich. Das geht jetzt schnell, komm. Okay, drei sind tot. Und sehen wir mal, wie viel Beam abzieht. Oh, leck mich. Beim Testwarn sind die sofort alle gestorben. Angriff, 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 Angriff. Ja, komm. Während ihr noch kämpft, da trinke ich noch etwas. Mein Hals ist trocken. Hm. Angriff, 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 Angriff. Ihr Piraten könnt nichts, also fickt euch. Und tot. Ich weiß, dass es nur am Südwesten ist. Hab ich von... Ja, okay, dankeschön. Ach, das habt ihr davon. Halt, es ist genug. Ich gebe mich geschlagen. Macht mit mir, was ihr wollt. Hm, nein, danke. Siehst hässlich aus. Sieh dir Tüte über den Kopf, dann könnt ihr aber Dinge machen. Ja, was für Dinge. Diskutieren sie gerade mit denen, oder was? Zusammen gegen die Imperator kämpfen? Ich? Ihr soll mich für das Gute engagieren? Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Guter wird, aber ihr gefällt mir, Männer. Hier ist die Segel. Wir segeln nach dies oder von mir aus bis ans andere Welt. Hm, Fluttergaribik 3. Oder 4? Nein, 3 war es. Layla ist hinzugestoßen. Wieder mal ein unwichtiger Charakter, der mir so am Arsch vorbeigeht. Aber wirklich am Arsch vorbeigeht. Rüsten wir sie aber trotzdem mal aus, weil mir kann immer eine Hure... Ähm, 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 was brauchen. Und mit den Handschuhen speichern, ja. Und die Magie, die sie kann ins Blitz, und das lasse ich auch einfach mal so. Im Südwesten. Ist das vielleicht düst? Kann es sein, dass das düst ist? Oder ist das Süd? Ähm, Südwesten. Ich bin hier. Kann ich gleich nach... Ich glaube, das ist Sü... Ähm, okay, ich versuche einfach mal so. Ich hoffe, ich finde den richtigen Weg auch. Okay. Muss ich ein bisschen jetzt gehen. Ey, ich komme doch zum Chocobo. Oh, nein, Mann. Ich will nicht mit dem Choco... Ich hoffe, der wartet draußen. Gut so. Wo zum Geier soll ich? Ah, okay. Okay, dann ist... Wieso habe ich nicht gleich... Oh, ich bin so verwirrt. Okay, da ist dann Kassion. Südwesten. Da war ich schon. Hier gibt es nichts. Hier ist es gefährlich noch für mich. Da waren wir überall... Da gibt es auch nichts. Dann müssen wir wirklich da hin. Okay, aber wie soll ich... Oder soll ich zu diesem Punkt hier... Kann es sein? Ich versuche es einfach mal. Oh. Kartenkröte. Ich hoffe, die macht jetzt nicht so viel Schaden. Okay, geht ja noch mit dem Schaden. Okay, wenigstens 7.50. Tot und auch tot. Nein, es hat ein bisschen gefehlt noch. Ja, danke. Okay. Oh, so ein Umweg. Sie nehmen uns aber in die Gegend mal rum. Okay, zwei neue Monster. Höllentaucher und Seeschlange. Okay, der Höllentaucher muss jetzt tot sein. Der muss da jetzt auch tot sein. Gut, so. Ich speichere jetzt einfach mal ab. Und ich versuche jetzt einfach mal jetzt mein Bestes irgendwie was rauszufinden. Und so. Richtig. Ich bin gleich einfach auf irgendeiner Insel. Killerfish. Oh, leckt mich. Ich bin mir eigentlich so egal, ob sie stirbt, weil... Sie wird sehen, dass Doppi sowieso nicht richtig viel zu tun haben. Die ist einfach eine Piratenschure. Ja, danke, dass ihre HP gestiegen ist. Blut... Ähm, okay. Irgendwas mit Blutstand da. Blutgelee. Entschuldige. Angriff, Angriff. Ach ja, diese T... Diese Viecher sind ja sehr mächtig. Also, nicht mächtig von, äh, von der Stärke. Also, diese... Nicht Anflieger, physische Kräfte. Also, physischen Attacken. Aber die halten vieles aus. Ähm, Eis. Eis und... Blitz. Und du machst auch mal Blitz. Ich hoffe, jetzt stören die mal. Ja, gut so. Din, 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 din. Yay, Blitzstufe erhöht. Südinsel. Da muss ich später hin. Egal, da war ich wenigstens hier schon mal. Okay. Warte mal. Muss ich jetzt wirklich so einen Umweg machen, um da hinzukommen? Oder ist die hier? Nein. Das muss hier sein. Das muss da sein. Sonst werden die nicht sagen Südwesten. Oder die wollen mich verarschen. Kann auch sein. Maust weg. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Oh, zum Geil. Wo bin ich denn dann? Okay, jetzt einfach mal runter. Oh, Freibäuter. Angriff. Und du machst Blitz. Ach, jetzt habe ich kein... Ich hasse es mit Schiff zu fallen. Eher mit Flugschiff. Da ist es mal viel lockerer drauf. Komm, stirb. Stirbt ihr sofort? Nein, die leben noch. Aber Feuerstufe 6 nicht mehr. Oder? Doch, tot. Gut, gut so. Okay, ich hoffe, ich komme jetzt mal bald zu düst. Warte mal. Okay, da bin ich. Gehe jetzt in der Küste mal entlang. Damit ich mich nicht endgültig verlaufe. Oder ja, gesagt, Verschiffe. Hahaha. Okay. Oh, nicht diese Gegnergruppe. Ich wusste, dass sie stirben wird. Ah, Mann. Mann. Lässt ihr mich mal in Ruhe? Okay. Ja, aber jetzt müssen die ja schnell sterben. Also die Insekten sind tot. Die sind anfällig auf Eis. Der muss jetzt auch sterben. Nein, der wollte noch überleben. Flammenstufe 7. Und ja, Layla stirbt. Sei einfach tot. Und wie komme ich da rein? Okay, wir sehen uns beim Schil. Wir sind da. Ich verstehe es nicht, wo zum Teufel das ist. Wo zum Geier soll das sein? Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, ich wiederbeleb dich mal. Sei froh, dass ich so nett bin. Ja, komm, beeil dich. Vita. Hier, Heilung. Wir sind alle wieder froh. Hey. 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 Okay, ich bin dann hier. Ich speichere einfach mal ab. Ich weiß ja nicht, was für Gegnersorte hier gibt. Okay. Ich hoffe einfach mal, dass ihr jetzt gar keine schlimme Gegnergruppe kommt. So genau gereicht mit die. Ich hoffe, die stürmen jetzt auch mal schnell. Lass mich einfach Eis machen. Dann seid ihr sowieso tot. Ja, gut so. Tot. Schwäche ist Eis. Das ist klar. Was zur Hölle? Ja, das Blitz hat mir Schaden gemacht bei denen. Das sind doch Behindertentwickler. Bomber, die aufs Feuer sind, haben eine Schwäche auf... Ach, Logik ist... Nein, da ist einfach keine Logik. Da ist einfach keine Logik. Das ist echt so. Ja, ein Angriff, Angriff. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, Kamikaze Stufe 7. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin die ganze Zeit hier... Ich laufe die ganze Zeit drum, aber ich finde nicht, diese verfickte Stadt düst. Wenn es eine Stadt sein soll. Aber ich finde, ich suche jetzt so lange, bis ich es gefunden habe. Verdammte Scheiße nochmal. Kokatrice. Blitz. Blitz. Und du machst auch Blitz. Und du machst auch Blitz. Okay, ich komme gleich zu... Ich hoffe, die sterben jetzt nicht. Ich will jetzt wenigstens noch jemanden wiederbeleben. Oder wenigstens noch diese Stadt erkunden. Seid ihr tot? Ja, nein. Items. Goldnadel. Egal. Essen wir die mal auf. Ah, wir hatten mich... Das war jetzt... Die wollten mich doch alle Nerzen, Mann. So, und du, Mas. Wenn du jetzt wieder versteinernst, schlage ich dich. Oder du. Bitte nicht. Ich hasse jetzt schon diese verdammte G-Inner-Gruppe. Ah, die ficken mich doch alle hier. Hä? Items. So. Bitte werd nicht zu Stein. Okay, wenigstens Guy kommt wieder. Stirb bitte. Leider ist mir so egal. Ich muss jetzt meine Magie so aufstufen dafür, oder was? Wenn das so sein soll, dann mache ich das auch. Eis. Ach, komm jetzt. Lass mich irgendwas machen. Ich hoffe mal, Eis ist deren Schwäche. Okay, der Erste ist schon tot. Jetzt kommen die anderen hinterher. Hat ja lange genug gedauert. Miesidia. Miesidia. Ach, du bist ein Stein. Verdammte Dreckshure. Du kannst hier sowieso nichts. Also verpiss dich. Ach, ich hasse diese Leider jetzt schon. In Miesidia sollten wir auch schon längst reingehen. Seid willkommen, Reisende. Seid willkommen in Miesidia. Der Start der Zauberer und Magier. Okay. Kraftstab. Oga Jäger. Oga Jäger. Effektiv gegen Oga. Frostbogen. Flammensperr. Ich kaufe einfach mal, weil ich das Geld dazu habe. Ich schlafe jetzt mal ein bisschen. Ich hole mir auch noch eine neue Magie dann. Und wir sind jetzt im nächsten Part. Dann informiere ich mich mal richtig, wo ich hingehen soll. Ich habe jetzt keinen Bock, ganz halt hier rumzuhören. Gibt es hier... Ach, da gibt es sowieso keine neuen Sachen. Schon vor einigen Zeiten ging ein Magier namens Minyu zum Turm. Ihr solltet euch ebenfalls sputen. Hier unter dieser Stadt gibt es zu Ehren unserer Götter einen kleinen Altar. Sie ist der Schutzgöttin des Kristallstabes. Sollte ich da hingehen? Ich weiß es nicht. Mitten auf dem Meer, auf einer kleinen Insel, werdet ihr die schwarze Maske finden. Das magische Pandoren zur weißen Maske. Ein Raum, der wohl einfach leer ist. Ihr wollt nachher das Bandsiegel des Turmes aufheben? Nun, es scheint, als wäre die Zeit gekommen. Wir werden euch nicht daran hindern. Doch zunächst benötigt ihr die zwei Masken. Dann sucht in der Höhle auf diesem Kontinent nach dem Kristallstab. Das müsste er viel, viel später machen. Ich bin jetzt irgendwie zu weit in der Story. Aber neue Rüstung kann ich mir immer kaufen. Noch eine Rüstung für später. Diebeshandschuhe. So. Rüsten wir das mal aus, damit wir eigentlich mal ein bisschen Chance haben gegen diese Hurenbastarde. Hey. Und Riesenhandschuhe. Ähm. Ritterrüstung. Und du machst... Riesenhandschuhe. Und... Ritterrüstung. Du bist mir so am Arsch vorbeigegangen. Dich rüchte ich niemals aus. Okay. Oh, hier kann man alles holen, oder was? Was ich bisher noch nicht geholt habe. Hab ich schon. Gibt's hier neue Magie? Für mich? Opfer und Angriffe tauschen. Das ist gut zum MP-Aufladen. Sankt, dass heilige Kraft schügt dem Opfer Schaden zu. Was? Ich hab nicht genügend Geld. Engelgrimoire, Anti-Bahn. Hab ich schon. Okay. Ich muss mir diesen Sanktus holen. Aber es gibt noch in diesem Spiel Hast. Aber ich hab das noch nicht. Okay, wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich das gefunden habe. Zeig ich euch, wo ich das gefunden habe.